Zum Abschluss des G7-Treffens in Biarritz treten Donald Trump und Angela Merkel gemeinsam vor die Kameras. Der US-Präsident kündigt dabei auch einen neuen Besuch in Deutschland an und sorgt mit einem kurzen Statement für amüsierte Blicke bei der Bundeskanzlerin. Ich habe Deutschland in meinem Blut. Ich werde da sein. Angela Merkel kann sich ein Lachen als Reaktion nicht verkneifen. Ich habe Deutschland in meinem Blut. Ich werde da sein. Die G7 ist überraschend zu verlieren. Es ist nur eine female-Leader. Sind Sie überrascht, dass die Welt nicht genug ist, um eine female-Leader zu unterstützen? Ich bin immer noch hier. Sie kann uns überraschend sein. Sie kann hier ein lange Zeit sein. Ich weiß sie gut. Ich weiß nicht, dass Sie das richtig sind. Ich weiß nicht, dass Sie das richtig sind. Ich weiß nicht, dass Sie das richtig sind.